hallo leute mein name ist sozialinstag und willkommen zurück zu pokémon technik.de x ich hab panik denn wir müssen uns jetzt mutue gegenüberstehen und ihr wisst vermutlich aus den vorigen parts wie dieser typ abgeht sancen freezer macht der konkurrenz und ich habe jetzt nicht extra gelevelt ich hoffe die energie die wir im letzten part gesammelt haben reicht wird schon schief gehen das spiel kennt ja zum glück gnade also das wird jetzt ernst so we're finally here thank you for all your help once mew two appears i'll use this stone to try to stop the shadow synergy stone from overloading as it hasn't been fully restored to its former power i don't know how much success i'll have but i'll do everything i can aber ich werde tun was ich kann hey are you trying to head off alone willst du allein gehen you're always just a ball of trouble huh all right you two shouldn't be far now i'll go with you will come natürlich mit dir thank you i feel an incredible build up of power starke mew two is in that direction das ding ist groß Okay, wir konnten ihn ein bisschen aufhalten, aber jetzt müssen wir ihn zum Ende aufhalten. Die Energie des Schattenwildern scheint besser geworden zu sein. Ja, und ich kann Mewtwo's Herz wieder spüren. Das ist unsere Chance. Bitte, halte Mewtwo durch und stehe weiter zu beschäftigen. Dann stehe einen neuen Punkt. Bitte, Mewtwo, komm zurück zu mir! Beschäftigen? Soll ich etwa durchhalten? Dann hat sich das Abwehr Puschen gelohnt. Mewtwo Final Boss. Shadow Mewtwo. Wow, mit Ultra-Energie. Ich hab Panik. Und ich hab kein Limit. Der hat ein Limit, ich hab aber nicht so. Der hat ein Limit, ich hab aber nicht so. Ich will Näraste kommen. Wie Film kläben. Pensumo! All of them Canvas aus. Ich hab keinen Träden? Ich hab niemanden! Säni undertiert mein Impa ist. two so machen. Das geht nicht im L Justin. Ich hab ihn. Das ist nicht so schnell Oh ich habe ihn Da bin ich so ein bisschen Kass ab Da bin ich schon ein bisschen Kass ab Es ist noch nicht zu spät Geht mich ab Na klar, gebe ich nicht auf. Das wird eine harte Nummer. Yes! Das wird eine Harte. Das war's für heute. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Feuer! Yes! Wo war es? Ein Dreier Kampf. A lot of power. Just give me a little more time. Round two! Hold on! Power is flowing into the Shadow Center scene again. I'll just do the Shadow Center scene again. I'll just do the Shadow Center scene again. Yeah, I'll go out. 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 Ich kann nicht die Schöne zu verhindern, den Schöne zu verhindern. Ich muss den. Den muss man blocken, sonst ist mein Tod. Ich muss das aufbricht. Ich manchmal bin doch nicht nur ein Gerät, aber ich muss das sehen. Dürfen ich auch, jetzt. Ich muss den ganz gober, interessiert. Ich muss den ganz goberen, dann schau ich. Ich muss die grip einfach mal. Ich schreibe dir Synergy, Power! Meine Klappe ist jetzt immer voll! Bitte, save Mewtwo! Ich wusste es! Schnell bin ich schon mal. Ich wusste es! Ich wusste es nicht, was ich habe! Das war's für heute. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. aber ich weiß jetzt wie der kampf gemacht wird die erste runde muss man gewinnen die zweite kippt man volltreffer die dritte kippmann es war klar dass wir es nicht so leicht haben werden es ist der endkampf Latios ist diesmal die größte hilfe überhaupt er kann ihn kurz einkessen aber jetzt geht es Der kann seine Arme verlängern! Der kann seine Arme verlängern! Ok! Schmeckt nicht den Yourft! Anfänger! Nice! Ja! Die Erste Erfektiv, weil er nicht erinnert! Der Zeit ist der Ernst! Die Synergy Stone hat erhättet, so viel Kraft! Er ist auch so schnell zum Erfektiv, dann lieber ich ein Luch! Oh! Der kann soுそ også! Der zweiten geht da abgeschüttet. Nein, ich habe den Protect abgepackt. Ich hab's nicht abgewertet. Ich hab's nicht abgewertet. Ich hab's nicht abgewertet. Dich bin ich abgewertet. Ich hab's nicht abgewertet. Als ich nochというفúge ist, kann ich mehr als das. Kind grab ich mir. Okay, I'm not seen. I won't give up. Yes, made it in time. I'm sending you Synergy Power. This is our final chance. Please, save Mewtwo. Final round? Now you should be able to do Synergy Power. Okay, let's play this before. Let's go. Let's go. Let's go. Now we're going to go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schafft! Geschafft! Er hat sein Ulti lieber gewetzt. Geschafft und besiegt. Der feine Boss ist gefallen. Ganz schön schnell. Er siegt. Yikes! Ich hatte ein bisschen Angst. Zum Glück ist der Fall. Ich bin glücklich, dass alle sicher sind. Ja... Es ging ganz schön schnell, muss ich dazu sagen. Ich habe viel mehr Zeit für diesen Kampf eingeplant. Ganz ehrlich, aber wir haben ihn unter 20 Minuten besiegt. Ja... Es ging ganz schön schnell, muss ich dazu sagen. Du weißt, wofür ich die Möglichkeiten dieses Resonanzsteins... Ah, es brach! Oh, sie ist kaputt gelandet. Selbst all der Kraft dieser Stein war nicht genug, um die Schatten Synergy Stein zu verbrechen. Wir haben Mewtwo, alles dankbar zu dir. Mewtwo ist gerettet. Wir haben es geschafft, weil du Mewtwo niemals aufgegeben hast. Wir haben es geschafft, weil du Mewtwo niemals aufgegeben hast. Du denkst, das kann sich fixiert? Ich habe keine Ahnung. Ich muss die Schatten Synergy Stein zurück zu meinen Leuten nehmen. Ich muss die Schatten Synergy Stein zurück zu meinen Stammeln nehmen. Wollen Sie bitte mich für Mewtwo nehmen? Hä? Warum? Hä? Warum? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Für alles. Und da geht sie. Hm. Warum glaubst du, dass sie alleine weg ist? Ich vermute, dass Mewtwo nicht nochmal in so eine Situation kommt. Aber weißt du... Ich habe das Gefühl, dass ihr Blick bedeutet, dass irgendwann wieder zurückkommt. Wir haben es ganz schön durchgemacht. Ich hoffe... Wir haben es wieder zurückgekommen. Oh, hey! Ich höre, die Ferrum League wird wieder wieder zurückkehren. Jetzt ist das Ding. Jetzt ist die letzte League aller. Hey! Du hast nicht vergessen, was die offizielle Battles sind. Es geht noch weiter? Nein, klar. Okay, das überrascht mich. Wir haben keine Belohnung erhalten. Ärgerlich. Nämlich normalerweise hätte man zu diesem Zeitpunkt in der Wii U Version Mewtwo erhalten als Kämpfer. Aber hier leider nicht. Schade drum. Naja, das war's für diesen Part. Der große Kampf gegen Shadden Mewtwo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Lass ein Abo da. Und... Bye!